Hey und Willkommen zurück zum nächsten Part. Was denn? Ja ihr könnt die Aufnahme da aufnehmen? Erleckt mich doch! Okay mach ich. Komm her. Geil. So, jetzt Leute das ist immer so lustig. Ich sag's, ich starte die Aufnahme. Die Leute gehen ganz genau so, ja ich auch jetzt und keine Ahnung, das ist doch scheiße geil. Ich kann aufnehmen, was ihr wollt. So. Das Ding ist nur, oder beziehungsweise die Frage ist nur, wollen wir denn, wir haben nämlich jetzt gerade uns entschieden, dass wir dieses Holz benutzen, dieses Dunkle. Wollen wir ringsherum das Haus auch so ein bisschen so einen Wald machen mit dem Holz oder wollen wir das lassen? Nee, lassen wir das erstmal. Ich sag jetzt erstmal, du wolltest mich ja lecken, gell? Ja. So. Hallo und herzlich willkommen in der dritten Folge von Techland. Okay, 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 ja. Ja, nee, ich muss es nicht verstehen. Nee, nee. Okay, herzlich willkommen zurück, ja. Der Max hat schon fleißig angefangen, die Aline auch und wir sind immer noch hier, wo wir vorhin waren. Max wollte zu uns... Ehhh. Was? Max wollte zu uns zurückfinden und... What the fuck? Wie Leute, wie Leute die Gespräche beenden, weil ich hier rummache. Ich finde das voll geil. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal geplant, wie wir unser Haus bauen und wo wir es bauen und... Ja. Ich buddel grad einfach nur... Ich wollte doch eigentlich eine Höhle finden. Letzte Woche gesagt habe ich noch zu. Ey, ich finde eine Höhle und dann sowas. Ey, komm mal raus, hier drüben ist eine riesige Höhle. Echt jetzt? Ja. Ich bin sofort da. Hm, sehr, sehr geil. Ach ja. Ja, komm mal hoch, ich zeig dir die im Himmelsrichtung. Ja, bitteschön, dann buddel ich alles leer bis zum Tod. Guck mal da drüben. Warte mal, soll ich dir mal mein Feld zeigen? Komm. Ja. Wenn du was anpflanzen willst. Warte mal, hier ist eine Höhle. Hier, warte. Achso. Hier, hier, hier. Da. Gib's mir. Da liegt eine Höhle und warte, hier ist mein Feld. Gut. Also, hier ist... Weißt du, ich wusste nicht, was die zwei Seeds da sind und da drüben ist der Rest. Okay. Alles klar. Ja gut, dann vielen Dank dafür. Okay, dann geh ich mal gucken, wo die Höhle ist. Ja, die ist hinter dem Ölfeld da, ne? Okay, dann hoffe ich mal, du verarschst mich nicht. Doch, ich verarsch meine Teamkollegen. Ich verarsche dich bis zu deinem. Warte mal, ich wollte mir noch Fleisch mitnehmen. Ah, ich hab auch Flexis. Ja, gell, voll schön. Ich komm mir dumm vor. Ich hab schon extra in den Minecraft-Skript dann umändern so auf V-Flex. Ja, ohne Wiss. Ja, gell, das wär schon so Reich Premium, gell? Reich Premium. Ähm, warte mal. Ich nehm jetzt einfach mal die Hälfte an Fleisch raus. Da ist noch genug Fleisches gebraten, wenn du noch Fleisch brauchst. Da sind noch rund 32 Stück. Runde 32 Fleisch. Ja, also ist keine geraden oder keine in Scheiben geschnitten, sondern runde. Ähm, so. Denkt da immer dran, Leute. Ich hab unten alles schön gemacht. Echt? Ja. Echt jetzt? Das freut mich. Ja. Ich mach gleich mal Betten und platziere die unten mal. Warte mal, hier kommt bestimmt Wasser rein? Ne. Ist noch ewig weit weg vom Wasser. Schade. Es wär lustig, wenn wir da so aufbuddeln könnten, dann kommt da Wasser rein. Das wär ne schöne Sache. So, wollen wir mal in die Truhe hier, die wo hier außen steht, oder wenn ihr sie seht, dann so. Ja, was ist da? Da tu ich mal Material rein, das wir fürs Haus benutzen, okay? Okay. Den Sand jetzt nicht unbedingt, aber ich wollte den gerade loswerden. Ja, deswegen das sowas bitte lassen, ja. Weil das wir, das wir, und das normale Holz auch nicht. Alter, scheiß direkt rein, ey. Warum? Das normale Holz brauchen wir vielleicht für Inneneinrichtungen nochmal. Für Regale und sowas. Also kommt auch jeder mit rein, oder was? Wir müssen ja nicht alles in... Ja, aber Inneneinrichtung kommt auch erst ganz zum Schluss. Erstmal müssen wir das Haus an sich bauen, oder? Ja, mir ist das egal. Ich wollte zu der schönen Ruhe beitragen und dann sowas. Ja, tut mir leid, aber ich dachte anders eigentlich gerade. Aber okay. Ich dachte, das könnten wir zum Bauen geworden sein. Ach, Mama. Anders was zum Bauen gehört. Du hast gesagt noch was zum Bauen gehört. Ne, zum Haus bauen, hab ich gesagt. Mann. Die wird hier schon wieder ausgestoßen. Ja. Ich glaube, soll ich hier Marble mal mitbringen, wenn ich hier Marble finde? Ne. Ja, doch, bring Marble mit. Also wollen wir dann als grundlegende Haus-Sachen, wollen wir dann Marble benutzen, dieses Spruce-Wood und Cobblestone, so mal als grobes Ding. Ja. Okay. Und jetzt geh runter. Ich guck dir das an. Ja, ich hab grad die Betten in meine Task-Leist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das geil. Ey, das ist ja mal echt geil. Ja, ne? Dann können wir das ja so... Dann kannst du auch, wenn du willst, die Truhen oben abbauen und hier runterbringen. Nee. Kannst du auch machen. Ja, ich... Sorry. Alter. So, warte. Ich mach jetzt hier erstmal kurz bettentechnisch was, ne? Ja. Na 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 na. Marble bauen ist ne schöne Sache. Na 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 na. Ich baue es ab. Na 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 na. Ich baue es ab. Nee, brauchst du nicht. Und immer mehr. Eine Spitzacke ist schon kaputt gegangen. Und immer mehr. Ja. Ich hab schon 64 Stück auf dem Punkt. Genau. Mehr Marble. Ja, mehr Marble. Mehr Marble. Ja, mehr Marble. Alter, Linus. Hier ist noch mehr Marble. Linus. Ruhe. Über Ruhe, wir waren im Leben. Mehr Marble. Alter. In der Ecke ist noch Marble. In der Decke auch. Ich bin schon ein schöner Kerl so im Singen. Nein. Kohle. Hast du schon ne Eisenspitzhacke? Ich? Na ne. Oder, hast du eine? Nein. Ich rede nicht mit dir. Achso, nein. Hast du schon Eisen, Max? Nö. Aber ich dachte gerade, das sah gerade so aus, als ob ich ne Eisenspitzhacke schon hätte. So. Marble kommt immer gleich in so riesigen Mengen. Das ist völlig anstrengend. Weil es auch anstrengend ist. Was? Wenn du singst. So. Ich fand das war schön. War es nicht schön. Oh, es ist dunkel. Ich kann auch schön singen. Ja, man bleibt drin liegen. Ich bin schließlich in der Schule im Chor, wisst ihr, Leute? Und unsere Lehrerin bringt uns einfach nicht bei, wie man richtig singt oder wie man Noten liest. Nein, wir tun einfach nur so Just for the Loils singen. Okay. Das freut mich. Das blicke ich einfach überhaupt nicht. Das freut mich sehr. So. Also, wir haben jetzt grundlegende Dinge. Aileen, beziehungsweise Linus, beziehungsweise ihr alle zusammen. Wollen wir jetzt, also meine Grundidee wäre jetzt, dass wir, by the way, Ordnung gilt ab dann, also für mich gilt ab dann Ordnung, wenn wir in das neue Haus ziehen. Aktuell schmeiß ich noch alles irgendwo in die Kiste rein. Als kleine Ausnahme, wo ich voll bin. Aber an mir rummeckern, gell? Aber an mir rummeckern. Ja, in irgendeiner Kiste. Alter, Linus. Ich habe diese eine Kiste bestimmt, dafür bestimmt, dass wir die nicht voll mögen. Ja, aber es dann gehört auch dazu. Nein. So. Ja, aber Linus, du weißt doch, meine Tüte ist immer für dich frei. Echt jetzt? Ja. So. Zwei Mal, ja. Am Tag. So, nee, jetzt. Alter, okay. Ich mache mir jetzt Werkzeuge und dann werde ich in eine Höhle gehen. Wenn mir folgen will, kann ich das gerne tun. Da können wir zusammen ein bisschen in der Höhle rumrocken. Ansonsten werde ich erstmal nach Eisen suchen, damit wir halt, oder generell nach Rohstoffen erstmal, damit wir halt in uns eine Eisenrüstung machen können und halt ein paar grundlegende Sachen haben, damit wir nicht gleich sterben, wenn irgendwie ein Viech kommt oder sowas. Ja. Und dann halt eben noch Holz mitbringen und so weiter, dass wir halt eben so grundlegende Sachen, die wir halt für das Haus schon brauchen, würde ich jetzt mal ganz spontan sagen. Quartus. Lol. Aline, danke. Also du bist echt super. Ne, das ist voll praktisch. Cool. Mit welchem Buchstabe kann man nachschucken, was ein Item bringt? Wie, was ein Item bringt? Also man kann auch auf ein Item klicken und dann kann man sehen, was das macht. Was das macht? Was das macht? Was das macht? Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich weiß doch gerade nicht genau, was du meinst. Okay, dann ähm. So. Ähm. Linus, du bist in der anderen Höhle da drüben, ne? Äh, ja, ich bin gerade in irgendeiner Höhle. Ah, aus Quarz kann man Sachen machen. Cool. Scheiße, ich hab was vergessen. Da oben ist ein Creeper, hinter dir ist ein Creeper. Geh weg. Äh. Mann, mach mir doch nicht so ne Ahnung. Ich krieg hier Fahnen zustände. Ja, warum du? Ja, ich weiß ja nicht, weil du gesagt hast, du gehst in die Höhle. Achso, ne, sind wir nicht mal da. Ja, eben. Ja. Wusste ich noch nicht. Star Cell. So. Alter, Vater. Was es hier für Sachen gibt. Ja. Ich komm schon jetzt nicht mehr zurecht. Nicht mehr zurecht. Zu klar. Ja gut. Immerhin. Immerhin zu klar, ne? Schon so leicht, gell? So. Solltest du vielleicht erst mal einen Ofen bauen? Fuck, ich hab mir mein ganzes Holz abgelackt. Abgelackt. Abgelegt. Abgelegt. Danke. Wow, hier ist ein Skeleton. Son of a bitch. Stirb. Stirb bist du ne Bitch. Guck mal da, Manuel, diese Bitch. So, äh. Achso, Alin, kommst du auch mit in die Höhle? Ja, gleich. Warte mal. Leute, können wir nicht alles zusammen in die Höhle, weil mir mangelt es an Rohstoffen. Also an Rohstoffen um Workbench und sowas. Ähm, ja. Ah, shit. Seid ihr noch zu Hause? Ja. Komm, ich mach mal da. Oh, schick. Ich mach mal die Kiste ab und mach die mal runter, ne? Mhm. Was ist das hier, was hier drin? Nichts, okay. Gut. Dann, äh, Linus, bevor du, bevor du, äh, irgendwas machst hier von wegen, ähm, irgendwelche Rohstoffe irgendwo einsortieren und so weiter, lass das mal bitte. Vorerst. Weil das wird trotz, ich hab mich grad umentschieden, das wäre glaub ich doch schon ganz cool, wenn wir hier auch schon ne kleine Ordnung drin hätten. Mhm. Leute, man kann Kisten über Kisten öffnen. Leute, okay, wusste ich nicht. Äh, Kisten und Unterkisten. Warum haben wir da so Trapdoors oben? Ja, damit kein Monster reinkommt? Weil man kann da einfach rein springen, da ist ein Loch. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Eiii, ich hab noch ein paar Häter. Yeah. Was ist los mit dir? Hä, das Skelett ist hier drin, wieso ist das hier drin? Ich bin tot. Wow. Ja, du bist direkt vor mir gelaufen. Also wir haben unten, wir haben unten ein Bett auch, ne? Ich sammle das mal alles ein. Okay, ich kann noch kommen. Gut, ich lauf dann mal zu euch. Mach das, ja. Viel Spaß. Ich hätte vielleicht erst noch im Bett schlafen sollen, bevor ich losgehe. Nächstes Mal dann. Und das vorne finde ich... Ah, da kann ich mir gleich mal hier ins Waypoint setzen, wenn ich jetzt eh schon hier bin. So, ich hab alles aufgesammelt, by the way. Okay. Hast du alles jetzt irgendwo reingemacht, oder? Ja, hier in die oberste Küste. Okay. So, warte mal, dann... Warte mal, haben wir Holz noch mehr? Ja, haben wir. Okay, warte mal, ich baue jetzt erstmal ganz viele Kisten, okay? Mhm. Damit würde ich ein bisschen Ordnung reinkriegen, weil Ohne Ordnung, Alter, das pisst mich jetzt schon an, ey. So. Äh, erstmal hier acht Kisten, das reicht aber auch noch nicht. Mhm, 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 mhm. Äh, wie heißt das hier nochmal in dem, in dem, äh... Warum lachst du? Weißt du, wie es heißt? Äh, nee. Ich weiß nicht, über welches Projekt du gerade nachtest. Ja, ich bin auch gerade... Hier, sehr echte Trasher. Da hat mich meine Teampartnerin, äh, die DaniLP, hat mich auch fast getötet. Weißt du, da kommt ein Gegner auf uns zu. Ah ja, das habe ich gesehen, wo du ins Haus rein bist. Ja, ne, da kommt ein Gegner auf uns zu. Ja, ey, what the fuck, Emma, da kommt ein Gegner auf uns zu. Und die schlägt erstmal auf mich ein, als ob ich der Gegner wäre. Weißt du, ich denke mir auch so, ey, was ist los mit dir einfach nur? Ey, richtig krank, ey. Das habe ich ziemlich abgefeiert, ja. Ja, ich fand das richtig scheiße. So, ich habe jetzt mal, ich glaube, das sind jetzt kistentechnisch erstmal genug. Äh, also ich bin noch nicht fertig, aber wenn... Wenn ich fertig bin, ist das erstmal... Ja, sorry, ich brauche gerade so Kisten noch. So. Äh, so, jetzt haben wir erstmal, keine Ahnung, 5 Triaden Kisten. Aber das sieht mehr aus, als es ist, weil wir die alle brauchen werden. So. Ähm, ich bin gleich da noch 100... Lecker, 120, 190. Ja, geht ja. 170. 150. Ich sehe es schon, ich sehe es euch. Ich sehe es euch. Ich sehe es euch. Das ist fair. Das ist fair. Linus, das ist ohne Spaß. Was ist mit dem Jungen halt los, ne? Ist ja echt hier unglaublich. Ich weiß nicht. Ihm, das ist schon... Ah, Öl baden, ey, da wird mir ja voll Spaß. Wird man gar nicht. Ähm, so. Kisten. Äh, ich habe jetzt noch neun Kisten, die müssen wir noch verbauen, würde ich mal sagen. Und zwar bauen wir die jetzt noch einfach mal. Was haben wir hier? Zwei. Oh. What the fuck? Lol. Das sind... Wo finde ich jetzt Zeug von mir? Hier. In der obersten. Oh, dankeschön. Ist das alles, was ich dabei hatte? Nein. Nein. Nicht alles, aber... Also... Nicht alles, was du... Du hattest nicht alles in deinem Image, ja? Ja, ich dachte gerade, weil so viel hatte ich gar nicht. Passt, glaube ich, auch gar nicht rein. Ja, eben. Ich wollte nochmal sicher gehen, weil ich gar nicht so viel brauche. Okay. Max hat gefailt. So, was brauche ich denn noch? Das... Nee. Das... Das Erd. Wenn ihr irgendwas nicht braucht, dann tut's in der Kiste. Aber tut immer nur eine Art von Items in der Kiste, ja? Ja, Entschuldigung. Was war das jetzt? War das jetzt ne außerirdische Sprache? Oder muss man das irgendwie verstehen? Ich weiß nicht. Ich hab's nicht wirklich verstanden. Aber ist okay. Achtung, Achtung. Ich muss nochmal niesen. Geht. Geht. Geht, geht. Geht, geht. Geht, geht, geht. Boom, boom. Boom, boom, boom. Alter, geht, geht, boom. So. Alles klar. In der Mitte Kisten und Außen Kisten und überall Kisten, das ist doch schon mal schön. So, ich hab Wackeln. Ich hab Sachen. Wo ist mein Eisen? Ist das Eisen schon gebraten? Nee, ich glaub nicht. Weil das wär super, wenn wir das Eisen direkt braten würden, weil ich hatte viel Eisen. Hey, bin ich jetzt irgendwie blöd? Ist doch kein Eisen. Ja, ich bin blöd. Ja, aber ich hatt Eisen dabei. Oh Gott. Ist kein Eisen. Ja, aber ich hatt Eisen. 30 Stück ca. Achso, ja, ich hab's im Moment noch. Tut mir leid. Ja, dann brats mal oder so. Nimm's. Dankeschön. Ich hatt ja Kohle. Wobei, dann können wir direkt Eisenequip machen zum Farmen. Ich bin so der Hit. Ich bin einfach der Junge, der hat halt einfach Hit am Mitstecken. Also ich baue gerade extra Kisten ab, um die neue zu platzieren, weil ich sie falsch gebaut hab und platziert sie genauso, wie ich sie falsch hingebaut hab. Das ist doch dumm. Hallo, das hat's weg. In welchem Bett darf ich, welches ist meins? Das ganz linke, glaub ich. Ja, das ganz rechte, mein ich. Das ganz linke ist Alinia-Bett. Ne, das ganz linke. Ah. Weht. Ja, wenn du reinkommst, ganz links, das ist dein Bett. Max, ich hab noch ne Kiste. Ja, dann gib mir die mal. Dankeschön. Bitteschön. Das sieht ja schon echt schnieker aus, was wir hier haben. Das sieht schon aus, als... Allein schon die vielen Kisten, da denk alle, Alter, die haben voll viel Zeug. Kannst du aufhören? Weißt du, bevor ihr drum rumlauft, macht doch irgendwas, was irgendwie Sinn macht. Ja, das Eisbett doch gerade, Mann. Dann geh Bäume holen oder sortiert, guck mal, guck mal, nur in die untere Kiste rein. Da ist so viel Scheiß drin, sortier das doch einfach mal. Ja, ne, ich such grad die Workbench. Du hast die gerade abgebaut, wo ich jetzt ne neue... Ne, wir haben nochmal eine. Ah, da hinten? Mann, der sagt's doch. Alter. Ich hab kein Heus. Mann! Ich verzweifle hier. Ich merk das gerade schon. Oh, da sind meine Sticks. Da sind meine Sticks. Ich brauch noch mehr Eisen. Da sind meine Eisen. Da sind meine Eisen. Oh, shit. Ich hab die Skills of Talking. Talking to Strangers. Talking to Girls. Do you know? Fick! Oh, sorry. Was? Hab ich die eingesammelt? Jetzt hab ich gar keine Workbench mehr. Toll. Ja, warte. Ich baue die neu hin. Warte. Ich wollte das nur kurz ein bisschen einheitlich machen. Also ich hab gar nicht gesehen, dass sie noch dran ist. Guck mal, die ist wieder drauf gesetzt. Und die andere ist direkt gegenüber drauf gesetzt. Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt hab ich nen Orwurm. Toll. Was denn? Von diesem Boom, Boom, Boom. Geile Geil. Boom, 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 Boom. Das ist nicht sehr nett. Tut mir leid. Ich verzeih dir das nie wieder. Okay. Oh. Okay. Ähm. So, Boomerang. Wer will den abkriegen? Haha. Wer? Hast du halt grad aufgesammelt, oder was? Ach, komm schon. Behalt ihn, bitte. Der wird sein scheiß Boomerang, ey. Ist doch Mobbing. What? War das der Boomerang? Ey, jetzt komm. Nein. Ja, ja. Du müsstest nochmal laufen, ne? Wie? Du konntest dich noch nicht ins Bett legen. Ach, stimmt. Oh man. Ist schon Nacht, Nigel. Da ist wirklich noch Eisen, wenn ihr euch noch Eisen equipt machen wollt. Also nur Werkzeuge. Hä? In welchen Kisten da ist Holz? Macht der Boomerang das bei euch auch? Was denn? Was denn? Was hier? Im Holz? Hier. Was denn? Ja. Ja, ja. Noll. Der hat den Swag einfach. Der chillt da so rum und danzt sich einen ab. Ja, das ist natürlich cool. Kann man immer machen als Boomerang. Mach ich auch immer als Boomerang. Ähm. Da ist cool. Früher, als ich klein war, da wollte ich immer schon mal ein Boomerang sein. Und meine Eltern immer nur so, nein, du wärst niemals ein großer Boomerang. Aber... Jetzt bist du ein Boomerang-Meister, ne? Jetzt gibt euch den mal. Ey, der ist aus Stein. Mach den mal. Ey, jetzt komm. Ich hab noch zweieinhalb Herzen. Ey, jetzt gibt ein Boomerang aus Stein. Ja, also aus Holz mit Stein. Es gibt auch mit Diamanten. Ey, komm. Ich sterb gleich. Lass es. Ich mach doch gar nichts. Ja, ja. Ja, ja. Okay, also ihr wollt also keine Ordnung in den Kisten haben, oder wie? Ja, ich hab doch ein bisschen geordnet. Guck mal hier. Hier ist Holz. Hier unten ist Stein. Dahinten ist Erde. Und da unten ist Sand. Okay, das ist schon mal gut. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Aber hier, guck mal. Die Kiste sieht aus wie doch Kraut und Rüben. Da wusste ich nicht, wo ich hin war. Ja, also wie gesagt. Ihr könnt die Kiste einfach random auswählen. Und dann, äh, am geilsten wär's, wenn ihr gleich ein Schild schreiben könntet. Und über die Kisten ist ja immer Platzen auf so Stein, ne? Man muss das ja eher nochmal umsortieren. Man muss das gar nicht über die Kisten machen. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier in der Version ist. Gibt mir mal Holz. Wie Holz? Ja, sechs Holz. Sechs Holz? Ja. Warte. Ja, warte. Holz. Ich geb dir einfach Holz. Ja. Ich bin da alt. Wie sind deine FPS hier unten eigentlich? Wo ist die? 30. Die sind momentan dauerhaft 30. Ich weiß nicht warum. Ja, wahrscheinlich weil die hier nichts isst. Also halt einfach nur... Ey. Wo ist denn die Erzkiste? Die haben wir noch nicht. Ja, mach eine. Geh weg, geh weg. Ey. Okay. Guck, man kann die Dinger nämlich auch auf die Kisten draufpacken. Was denn? Ah, okay. Ja, cool. Holz. So hätt ich fett draufgeschrieben. Hey, ich bin grad voll verwirrt. Ich hatte vorhin... Okay, cool. Hä? Ich hatte grad vorhin Sachen in meinem Inventar, die sind jetzt weg. Was denn überhaupt? Ich hab mir Werkzeug genommen, das wollte ich irgendwo einsortieren in der Werkzeugkiste, aber jetzt ist das aus meinem Inventar weg. Gibt's nur noch ne Naturkiste? Für Naturkiste. Hast du ne Kieskiste schon? Nein. Wir haben ja kein Kies. Die Kies... Das Kieszeug hab ich bei Erde rein. Ich dachte, hier kommt Erde, Kies und Sand in die Kiste. Ja, Erde ist doch Erde, oder? Und kein Kies. Ja, aber Erde, Kies und Sand ist jetzt ziemlich das gleiche. Bodenzeug. Ne. Ja, das macht doch voll Sinn. Ne. Eigentlich echt nicht. Wurde ich jetzt alle 200 Abermillionen Tausend Rohstoffe in einzelne Kisten packen? Nö, aber so Kunstsachen wie Kies und Sand, das kommt doch hin, weil Sand und Glas würde ich in eine machen vielleicht aber nicht. Ja, Sand, Glas und Kies. Und Erde und Gras und... Ja, ich hab soweit noch nicht gedacht. Okay, Kabelstorm, warte mal. Und wo kommt Zeug aus Holz rein, also so Traptor und sowas? Ich würd sagen in die Holzküste. Ja. Beziehungsweise, ja, das ist halt noch ein bisschen oberflächlich, ne? Weil da würde nachher über viel drin sein. By the way, ähm, die Kisten nahmen... Ach so. Ach so, okay, interessant. Gut, zu wissen. Kann ich das erstmal? Ja, ja, gut. Ne, ja, ja, ich denk schon. Und was ist mit Mob Drops? Krimskrams. Das ist ne Scheißkiste. Mach die weg, bitte. Krimskrams ist nicht okay. Aber das Werkzeug war doch schon da hinten drin. Mach's selber weg! Okay, ich mach das weg. Boah, ist das sehr verwirrend, Mann. Werkzeug, Waffen und Rüstung. Und Erze ist auch ein bisschen... Ja, ist ja egal. Okay, alles. Ne, ich will nicht zu viel meckern, weil... Weißt du, nachher kommen so... Mach halt... Ja, tu mir leid, tu mir leid. Aber weißt du, manchmal... Weißt du, nachher haben wir nachher... Wir haben so viel Erze nachher... Das wird nachher so undurch. Ja, deswegen... Mach's selber, mach's selber! Es kommt ja noch ein neuer Lagerraum, dass wir jetzt schon noch vorüber gehen. Aline, sei doch nicht angepüsst. Ich bin ja grad eh voll verwirrt. Okay, warte, haben wir schon ne Essenskiste? Nein! Mach's selber! Ich hab gerade aus, dass ich mein Inventar sortiert. Ich mach ne Essenskiste hier, ne? Done. Ich tu mal bei Essen auch Pilze rein, ja? Weil das kann man zu Essen machen. Wenn ihr auf ein Item mit R klickt, das in eurem Inventar ist, seht ihr, was ihr daraus machen könnt. Nein, echt? Das wusste ich nicht. Nein, echt, du Loser. So, wir werden jetzt die Folge. Jungens, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich... Panus und so, ihr wisst Bescheid. Das heißt, also wirst du im nächsten Part, wenn wir weiter in dieses Kisten sortieren, dann einfach mal in die Höhle losgehen. Ihr seht, das ist Tecret. Das ist so verwirrend, auch die ganzen Leute... Alter, ich bin gleich tot! Oh, Jungs, wenn ihr so weitermacht, ich werd euch so instant killen. Ja, ich will aber nicht sterben. Ende. So, bis zur nächsten Part, schau. Bye. Alter.